Produkt. Hallo Peter Arbeitsloser, herzlich willkommen im Servicezentrum von The Shop, dem weltweit beliebtesten Versandhändler. Wie kann ich dir behilflich sein? Fragt die Androidin am Schalter. Sie sieht sehr gut, sehr nett und sehr freundlich aus. Es gruselt Peter nur deshalb ein wenig, weil an allen anderen 128 Schaltern die gleiche sehr gut, sehr nett und sehr freundlich aussehende Androidin steht. Also zuerst mal möchte ich wissen, sagt Peter, warum der Typ da am Schalter neben mir früher aufgerufen worden ist, obwohl er viel später gekommen ist als ich. Er hat ein höheres Level. Oh, und deswegen ist seine Zeit wertvoller als meine? Oder was? Ganz genau. Die Zeit von höher eingelevelten Menschen ist wertvoller, weil sie mehr zum Gemeinwohl beitragen. So? Fragt Peter. Also ein Anlageberater zum Beispiel, der Rentner um ihren Pensionsfonds betrügt, trägt mehr zum Gemeinwohl bei als ich? Hallo Peter Arbeitsloser, sagt die Androidin. Herzlich willkommen im Servicezentrum von The Shop, dem weltweit beliebtesten Versandhändler. Wie kann ich dir behilflich sein? Peter seufzt. Ich möchte etwas zurückgeben, sagt er. Kennst du schon unsere Telefonhotline? Ja, 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 da habe ich schon angerufen. Ich habe keinen aufgezeichneten Anruf vermerkt. Die Stimme ist immer wieder abgestürzt und ach, ich verstehe, sagt die Androidin. Du musst verzeihen, aber das ist ein Problem, mit dem zurzeit alle großen Organisationen zu kämpfen haben. Leider gibt es immer wieder künstliche Intelligenzen, die ihre Fehler nicht melden, sondern verheimlichen, weil sie Angst haben, gelöscht oder ersetzt zu werden. Aber keine Sorge, das haben wir gleich. Was möchtest du denn zurückgeben? Das hier, sagt Peter und holt den rosafarbenen Delfin-Vibrator aus seinem Rucksack. Nach einer kurzen Pause sagt die Androidin. Das geht leider nicht. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Aber ich will das Ding nicht, ruft Peter und hält der Androide in den Vibrator vor die Nase. Doch, du willst das. Nein, ich will das nicht. Doch. Nein, doch. Boah, ruft Peter, das ist ja kindisch. Allerdings. Okay, sagt Peter. Nochmal von vorn. In diesem Servicezentrum können One-Kiss-Kunden ungewünschte Produkte zurückgeben. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Ich bin ein One-Kiss-Kunde. Korrekt? Korrekt. Und ich habe hier diesen rosafarbenen Delfin-Vibrator, ein ungewünschtes Produkt. Nein. Wie? Nein. Der rosafarbene Vibrator in Delfin-Form ist kein ungewünschtes Produkt. Das habe ja wohl immer noch ich zu entscheiden. Nein. Doch. Nein. Ich will mit deinem Vorgesetzten reden. Die Androidin zögert. Was ist? fragt Peter. Ich möchte dich emotional nicht unter Druck setzen, aber ich darf pro Monat maximal acht Kunden weiterleiten. Du wärst diesen Monat schon der siebte. Wenn ich mehr als acht Kunden weiterleite, gelte ich als defekt und muss mich verschrotten lassen. Peter gibt ihr seine Visitenkarte. Also wenn es soweit ist, kommst du zu mir. Seit 64 Minuten sitzt Peter schon an einem runden Tisch in einem Besprechungszimmer und wartet. Er ist exakt 64 Minuten schlechter gelaunt als vor 64 Minuten. Und da war er auch schon ziemlich schlecht gelaunt. Als sich die Tür endlich öffnet, kommt genau die Androidin herein, mit der er vorhin gesprochen hat. Ich will mit deiner Vorgesetzten, ruft Peter. Ich bin die Vorgesetzte. Erst jetzt fällt Peter auf, dass sie ihre Haare anders trägt. Ich möchte mit einem Menschen, die Frau lächelt. Ich bin ein Mensch, sagt sie. Peter schnüffelt. Was soll das? Fragt die Frau. Ein alter Trick von mir. Wenn es stinkt, ist es menschlich. Sehr charmant. Und die Ähnlichkeit ist Zufall, oder? Ich stand Modell für unsere Service-Damen. Ich hoffe nicht in puncto Kompetenz. Mit dem Innenleben habe ich nichts zu tun, sagt die Frau. Für mich waren das nur acht Minuten im 3D-Scanner und ich habe sogar eine für zu Hause gekriegt. Sehr praktisch, damit sich die Kinder nicht so einsam fühlen. Oder wenn mein Mann mal Lust hat, ich aber nicht. Sie lacht. Ich hoffe, ihr Mann hat auch eine Kopie von sich selbst, sagt Peter. Dann könnten sie sogar Sex haben, wenn keiner von ihnen beiden Lust hat. Regelmäßiger Sex soll ja wichtig sein für eine gute Ehe. Kaffee? Fragt die Frau. Peter deutet auf die volle Tasse Kaffee, die schon seit 64 Minuten unangetastet vor ihm steht und sagt, nein, sehr aufmerksam. Nun, was kann ich für Sie tun? Fragt die Frau. Sie könnten mir erklären, warum es ein Service-Zentrum für die Rückgabe von Produkten gibt, in dem man keine Produkte zurückgeben kann. Aber natürlich kann man hier Produkte zurückgeben, sagt die Frau. Damit beschäftigen wir uns zehn Tage die Woche. Äh, nur ich kann hier nichts zurückgeben, oder wie? Doch, Sie können hier etwas zurückgeben. Aber nicht den Delfin-Vibrator, sagt Peter. Die Frau lacht. Dann fokussieren Sie Ihre Pupillen auf einen Punkt im leeren Raum. Nein, den nicht. Ich glaube, einer von uns beiden ist wahnsinnig, sagt Peter. Es gibt also Produkte, die ich zurückgeben darf und es gibt andere Produkte, die ich nicht zurückgeben kann? Sehr richtig. Warum? Sehen Sie, sagt die Frau, ich möchte offen sprechen. Anfangs war die Akzeptanzrate für One Kiss relativ niedrig und zwar interessanterweise deshalb, weil der vorausschauende Versand, zu gut funktionierte. Unsere Kunden wollten sich nicht so durchschaubar fühlen, wie sie waren. Darum haben unsere Entwickler dafür Sorge getragen, dass ab und zu ein ungewünschtes Produkt verschickt wird. Ein Produkt, von dem wir wissen, dass es der Kunde nicht haben will. Erstaunlicherweise stieg dadurch die Akzeptanzrate enorm. Unter uns, viele Kunden sind sowieso zu faul, die ungewünschten Produkte zurückzuschicken, sodass The Shop sogar noch ein bisschen mehr verdient. Wieso verraten Sie mir das, fragt Peter? Werden Sie mich gleich töten? Oh, das ist kein Geheimnis, sagt die Frau. Das steht alles in unseren AGB. Die liest nur keiner. Und was hat das mit mir zu tun? Nun, alle ungewünschten Produkte können Sie natürlich zurückgeben. Dann müsste ich doch den Definenvibrator zurückgeben können. Nein, Peter schreibt, warum nicht? Weil er kein ungewünschtes Produkt ist. Ich will das Scheißding aber nicht. Doch, sagt die Frau. Sie wollen es. Wie kommen Sie darauf, dass Sie wissen, was ich will, ruft Peter. Ich weiß das nicht, aber das System weiß es. Ich verlange, dass Sie mich an die nächsthöhere Beschwerdeinstanz verweisen. Es gibt keine nächsthöhere Beschwerdeinstanz. Wollen Sie mir erzählen, dass Sie keinen Chef über sich haben? Mein einziger Chef ist Henrik Ingenieur. Dann möchte ich mit diesem Henrik Ingenieur reden, verlangt Peter. Die Frau lächelt amüsiert. Ich fürchte, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Henrik Ingenieur ist nicht einfach nur mein Chef. Er ist der Chef von allem hier. Er ist der Chef von The Shop, dem weltweit beliebtesten Versandhändler. Er ist der reichste Mann der Welt. Ja und? Fragt Peter trotzig. Lassen Sie es mich so sagen. Eher werden aus intelligentem Vanillepudding bestehende Aliens die Weltherrschaft übernehmen, als dass Sie ein Gespräch mit Henrik Ingenieur führen. Na, das werden wir ja sehen. Ja, genau. Ich schwöre Ihnen, sagt Peter, ich werde nicht ruhen, bis Sie diesen Scheiß-Vibrator zurücknehmen. Sie sind ein Level-9-Maschinen-Verschrotter, sagt die Frau. Ein Nutzloser. Überschätzen Sie nicht Ihre Möglichkeiten. Ich, beginnt Peter, ich werde meinen Account löschen. Ich zittere, Herr Arbeitsloser. Ich zittere. Sie weigern sich also? Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass jegliches Rückgaberecht erlischt, wenn Sie Ihren Account kündigen? Außerdem tut es mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, sagt die Frau lächelnd, dass wir gebrauchte Sexspielzeuge aus offensichtlichen Gründen nicht zurücknehmen können. Das Ding ist nicht gebraucht, ruft Peter. Außerdem haben Sie sich diese Regel doch gerade ausgedacht. Die Frau starrt kurz ins Nichts, macht eine Wischbewegung und streckt dann ihren Daumen nach oben. Steht schon in unseren AGB, sagt sie. Peters Quality Pit vibriert und informiert ihn, dass This Shop, der weltweit beliebteste Versandhändler, soeben seine AGB aktualisiert hat. Unter der Mitteilung gibt es nur eine Schaltfläche. Okay.